Frau Schellenberg? Ja? Was wollen Sie? Ach, nein. Dieses Mal kriegen Sie meinen Führerschein nicht. Sie sind doch von der Polizei, oder? Richtig. Da gibt es nämlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie wollen mich überfallen, dann hätten Sie aber hinter dem Haus auf mich gewartet, oder Sie sind von der Polizei, dann warten Sie vor dem Haus. Die Polizei wartet immer vor dem Haus. Ja, das klingt logisch. Also, was wollen Sie? Wir müssen mit Ihnen reden. Ach, da ist er. Kommen Sie rein. Ja. So, hier. Kommen Sie? Ja, schnell weg. Ja? Guten Morgen. Was ist mit meinem Mann? Er ist tot. Er ist tot. Er wurde erschossen. Wann, ähm, wann ist das passiert? Kurz vor Mitternacht, am Wiener Platz. Wissen Sie, wo Ihr Mann heute Abend war? Nein. Nein. Nein, weiß ich nicht. Und Sie? Wo waren Sie? Ist Ihnen an Ihrem Mann irgendetwas aufgefallen in letzter Zeit? Privat, beruflich? Haben Sie jemanden, der sich um Sie kümmert? Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn geliebt. Soll ich einen Arzt rufen? Es ist niemand im Haus, auch kein Personal. Was ist mit dem Mann? Das sind die Praxisräume. Die haben einen separaten Eingang. Ich habe ihn geliebt. Haben Sie einen Hausarzt? Was sagen Sie? Nein. Ich kann jetzt unmöglich allein bleiben. Rufen Sie einen Arzt, ja? Der komme im Moment nicht weiter. Ja, bitte bleiben Sie heute Nacht hierher. Gut.